Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir Ash mit dabei. Und heute geht's auch wieder mal um Brawl Stars. Ich bin sehr gespannt, wie's wird. Wir haben nämlich vor... Also sag du mal, was haben wir vor heute? Also Max, kauf mir den... Ich bin heute mal ein netter Bruder. Er kauft mir den Brawl Pass durch. Genau, wir werden versuchen, den gesamten Brawl Pass von Stufe 0 bis Stufe 70 vorbei. Stufe 0 weiß ich gar nicht, ob das stimmt, weil wir gucken gleich mal ganz kurz, wie weit Ash ist. Aber ich will sagen, bevor es los ist, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Ash vorbei, da werden wir den nächsten Mal live sagen, hab ich gehört. Ja. Schaut gerne vorbei. Am Sonntag live. Ich weiß gar nicht, wann das Video kommt, aber an irgendeinem Sonntag sind wir auf jeden Fall live. Schaut gerne vorbei. Und jetzt lasst einen Daumen nach oben, da vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und ich will sagen, ab ins Intro! Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Ash, wir haben hier deinen Account schon, Mann, ne? Wir gehen erstmal auf den Brawl Pass. Oh, zwei Blöden. Darf ich die öffnen? Grüße gehen raus, Dankeschön, Ehrenmann. Ja, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Also, wir sehen Ash... Ach ja, das war aus dem Video noch, ne? Dass wir hier von 0 bis 30 schon alles freigeschaltet haben. Allerdings ist der Brawl Pass jetzt mal keine 60 Stufen. 70. 79. Das ist so crazy, ne? Ich meine, jetzt haben wir noch 40 oder 39 Stufen hier. Oh mein Gott, das wird so teuer, ne? Oh mein Gott. Schreibt mal gerne an der Ashter rein. Wie viel seid ihr im Brawl Pass? So. Wir müssen dafür natürlich erstmal in den Shop gehen. Ey, willst du nicht kaufen hier die beiden? Äh, nee, Gadget und... Keine Münzen. Ah, du hast keine Münzen. Aber ja, was. Starsilber Leon. Könntest du ja auch kaufen. Aber hast keine Münzen. Schade auch. So, Leute. Also. Oh mein Gott, hier ist so viel im Shop, ne? Das ist crazy. Ich vermute mal, wir müssen das für 109,99 Euro. Bist du bereit? Ja. Ja. Was denn? Für... Ja. 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 3, 2, 1, Action, Leute. Ihr müsst wissen, das ist mein Geld. Aber darf ich ihn durchpellen? Wir machen das zusammen, okay? Immer abwechselnd, so. Du fängst an mit der ersten Stufe. Das kann ich ja... Öffnen. Öffne. Erstmal öffnen. Nein, erst mal alles. Es ist krass, wenn man so durchscrollt und das alles sieht. Ach so, okay, Leute. Dann machen wir das so. Falls es muss noch nicht getan haben, lass gerne einen Daumen nach oben da. Das ist auf jeden Fall krass teuer. Ich glaube, das sind zu viele Juwelen. Ich guck gleich mal, wie viele übrig sind. Oh mein Gott, oben die Zahl wird immer geringer. Die schrumpft und schrumpft. Und was geht auch schneller, oder? Man kann es nicht theoretisch. Warte mal, was? So. Das ist so krass. Es sind so viele Stufen, die man da freischalten kann. Nur mal wäre ich jetzt durch. Nur mal wäre es jetzt durch. Genau. Leute, es ist so crazy. Kriegen danke dafür? Danke. Ach, kein Denkmal mache ich gerne 110 Euro für mein Kleidbruder ausgeben. Aus Nettigkeit. Ich überlege gerade, warum mache ich das eigentlich? Egal. So, Leute. Ich finde das ultra krass, wie viel das ist. Das ist so crazy. Guck mal, du machst Stufe 32, dann bin ich mit 33, du machst 34 und so weiter, okay? So, die Stufe mache ich jetzt hier. Neuer Surge-Pill haben wir. Ich glaube, wir kriegen so viel, ne? Brawlbox, ja, safe. Nichts drin. Und jetzt schon die erste Megabox. Oh, doch nicht. Meine erste Megabox. Erste Megabox. Komm, gönnen. Gönnen und... Nichts drin, schade. Sogar relativ wenig Gold eigentlich für eine Megabox kann das sein. Naja, egal, Leute. Drückt Ash und mir auf jeden Fall die Daumen. Das ist jetzt... Äh, hallo? Ich bin dran. Äh? Noch ein Pin. Crazy, so. Oh mein Gott, für Surge, ne? Wir schauen mal am Ende. Warte, könnten wir den theoretisch jetzt schon auf Stufe 9 oder so machen? Ja, safe, oder? Ne, Stufe 7. Aber wir können jetzt theoretisch für Surge das Gadget bekommen. Oh! Ja, 61! 61 Belohnungen! Habt ihr das gesehen, Leute? 61 Belohnungen! Ey, Junge. Ich hätte... Ich wäre froh, wenn es meine Account wäre, ne? Schreibt mal gerne rein. Wäre das jetzt auch gerne euer Account? Ich hätte so Bock, das zu machen, ne? Oh, zwei Verleihende. Wie sagt es für das Gadget von Surge? Warte. Warte, war Star Power von Mord? Das ist auch ganz geil. Ey, wir kriegen, glaube ich, richtig viele Belohnungen heute. Die ganzen Powerpunkte sammeln wir noch nicht ein. Warum? Achso, damit wir später... Es geht um Glitch... Oder nein, das machen wir so. Und man 500 hat, und man das hier raufmacht. Ja. Ah, lol! Eigentlich war der Bug, dass man... Guck! 888 Münzen kriegt man dafür. Ey, es gab... Es war mal so... Ihr müsst euch wissen, in den Chris hat reinkommen. Hier, deswegen guckt ihr euch wahrscheinlich zu gerne nach links. Es war einmal ein Glitch. Da drückt man drauf, und dann bekommt man dafür... Dafür bekommt man eine Megabox. Ist ja irgendwo 500? Ich glaube, keine 500, sondern nur 200. Guck mal, was für 200 ist dann. Was kriegt man... Alter, das war ja krass mit den 888 Gold. Das ist crazy. Da ist doch 500! Hey, da! 500! Eine Megabox kriegen wir dafür umsonst nochmal dazu. Alter geiler Scheiß. Okay, Ash, wollen wir jetzt mal weiter mit den Belohnungen machen? Wie ich meine, wir müssen auch irgendwie... Sonst dauert das Video ja Ewigkeit, bis wir am Ende sind. Hallo? Yeah, oder soll das auch Ewigkeiten? Kommt bitte gern was! Ne, nur Münzen da drin. Crazy, okay, let's go, Leute. Neuer Pin und was ziehe ich aus der Brawbox? Ja. Das war ja irgendwie klar, dass da nur Münzen drin sind. Aber komm, die großen... Ah! You're for Crow gadget! Oh mein Gott, okay, das ist schon ganz nice. Muss ich ganz ehrlich sagen. Brawbox. Dafür ist nichts drin. Nee, komm, nächste. Ey, Stufe 3 für's schon. In der Brawbox. Schade. Und jetzt weiter mit der großen Box und Juwelen, ey. Crazy, warte mal. Ich merke gerade, Ash, wir haben viel zu viele Juwelen, ne? Kann es eigentlich sein, dass dann, wenn man den Free Pass durchspielt, sich nächstes Lieden dann den Brawbox holen kann? Was? Weil es ist... Ach so, du meinst du, wenn man den Free Pass einmal durchspielt, haben wir so viele Juwelen, dass man Free-to-Play sich den Brawbox nächstes Lieden holen. Echt? Und dann immer so weitermachen. Ach, schade. Weil in Fortnit ist das so, dass sind so viele V-Bucks drin. Ich bin... Äh, was? Du hast gerade so viel erzählt, ich dachte mir, ich mach das mal. Ich mach jetzt das nächste. Und, es sind nur Münzen drin, das ist so crazy. Aber Ash, mir ist gerade aufgefallen, es ist so... Du erzählst ja die ganze Zeit was. Es ist so übertrieben, dass ich für 2... Also, dass ich 2.000 Gems Gold habe. Weißt du warum? Du hast noch 800 übrig. Ich bewahrst du dir bitte auf. Ich möchte noch... Ich hab noch was vor mit dir, okay? Bewahrt ihr einfach mal auf, okay? Seid ich gespannt, Leute. Schaut auf jeden Fall die nächsten Videos mal vorbei. Lasst einen Daumen nach oben, falls ihr nicht getan habt. Und ich überlasse ganz kurz, Ash, einfach mal ein bisschen was... Jetzt bin ich wieder dran. Komm, komm, komm. So. Schauen wir mal, was hier drin ist. So, okay, Search. Und große Box, gucken wir mal. Boom, nix drin. Komm, ey. Okay, Münzen. Und da haben wir... Große Box. Guck mal, warte mal. Kriegst du hier nur Münzen? Okay, neuer Search-Bin und... Komm, grüße Box, große Box, danach kommt noch eine Megabox. Komm, 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 komm. Und nichts drin, schade. Oh, die Megabox, Ash. Du kannst auch Star-Power und so ziehen. Ich sag's für ein Gettet. Ja, für Search! Warte mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, was das Search-Gettet macht. Ich glaube, ich kann's jetzt upgraden. Oh, du kannst es upgraden. Können wir ganz kurz auch ausprobieren drücken? Einmal ausprobieren wir das Gettet-T. Das z-rebootiert sich nur. Ach, man boostet sich nur alles irgendwie noch. Guck mal. Ey, wo ist das, dass er sich levelt? Wie levelt? Oh, schlapp, schlapp, schlapp. Ich muss es einfach... Also, jedes Mal, wenn man seine Ulti macht, kommt hier ein, fallet da mehr zu. Der wird immer schneller. Nur kommt doch immer... Wie geil ist das denn? Komm, am Ende hier hat man jetzt Flügel. Ja. Hier hat der noch einen Helm. Wie viel Level gibt's? Der macht jetzt immer mehr... Das habe ich noch nie gecheckt, dass das so ist. Ja, nicht. Oh, mein Gott. Wie viel mehr haben der? Er hat ein Laser-Schmerz und mehr gibt's nicht. Guck mal, die Sachen fliehen, das ist ja hart. Okay, es geht, es ist vielleicht auch ganz alt. Der macht ja, das ist ja voll OP, wenn das nach Helmut trifft. Crazy, Leute. Schreibt mal halt auf die Search. Und es gibt noch ein paar Sachen hier, die zu öffnen sind. Oh, mein Gott, noch geht's. Okay, das ist okay, das habe ich auch. Friendzone. Und gönn doch mal. Junge, du kriegst hier so viele Juwelen, das ist crazy. Ich bin schon bei 900. 900 Juwelen hast du übrig. Was ist das für ein... Also, crazy. Warte, ich bin wieder dran. Hey. So, machen wir mal weiter mit der Mega-Box. So. Mal schauen, was wir da so drin haben. Vielleicht... Junge, hätte ich auch gezogen. Nein, nicht. Doch, hätte ich. Doch. Es ist doch egal, ob du da rauftippst oder ich. Es macht keinen Unterschied. Stopp, stopp. Du öffnest den nächsten... Und nochmal weiter? Jetzt kann... Jetzt öffne ich aber den unten. Genau, schau mal. Komm, Ash. Gönn dir mal die Mega-Box, bitte. Drück. Rauf. Und... Wir schauen, was drin ist. Okay. Ich habe leider eine Boni. Na gut. Immerhin... 500 Gold? Wir kriegen ja noch eine Mega-Box, ne? Komm. Drück rauf. Und Leute, der hat das... Ja, GG an der Stelle. Komm. Warte, was? Irgendwie auch Spike-Socken. Das wäre lustig, wenn da auch Spike-Socken sind. Ja, safe, Leute. Okay, Leute, die letzte Belohnung. Danach öffnen wir noch ein paar Mega-Boxen. Hast du Bock drauf? Das geht... Der sieht schon fresh aus, ne? Nein, lass die aufsparen. Aufsparen, okay. Okay, aber... Geh mal kurz in den Shop. Du kannst dir... Äh... 9300 Münzen hast du. Alter Falter. Also, soll ich mich so? Ja, gönn dir. Die ist, glaube ich, ganz nice. Ich habe noch eine andere Idee. Guck mal. Ja, die ist, glaube ich, ganz nice. Wir öffnen jetzt noch... 3 Mega-Boxen, okay? Aber... Ich muss erst mal noch Flora bringen. Wir hoffen, dass wir jetzt noch eine Star-Power für Surge ziehen, okay? Das wäre geil. Das wäre crazy. Oder, okay. Je mehr Ash gerade jetzt noch upgradeet, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir irgendwas nice nochmal an Star-Power ziehen. Junge, du hast ja voll viele jetzt gerade auf 9 gemacht, ne? Reicht noch? Ich glaube, du hast keine mehr auf 9. Das ist aber noch... Ey, du hast alle auf 9, sonst außer die. Okay, Leute. Die muss ich jetzt noch auf 9 bekommen. Ash, noch 3 Mega-Boxen. Und dann will ich es... Okay, noch eine große Box. Auch und auch nochmal natürlich rein. Und, ja, wahrscheinlich. Es war klar, dass da Münzen drin sind. Erreicht das an Münzen? Nee, reicht nicht. So, komm. 3 Mega-Boxen. Let's go. Ash, die dritte, letzte Mega-Box mit nichts. Es ist drin. Die zweitletzte Mega-Box mit... Auch nur Münzen. Und die letzte Mega-Box mit dieses Video mit dem verbleibenden Gegenstand. Das ist ja der geiles Abschluss ever. Das hast du noch nicht gehabt, das Gadget? Das ist voll geil. Das ist übel nice. Oh, warte. Andere, schnell, würde ich sagen, kann er... Erstehung noch mal bis ab. Nein! Schaut euch, wie bei den nächsten Videos mal an. Lasst einen Daumen nach oben, da schaut gerne bei Ash vorbei. Und ich will viel sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.